Yo, Roblox-Freunde! Was geht ab? Wir sind wieder zurück aus unserer Winterpause. Wir haben ein paar Tage lang keine Videos hochgeladen, aber ich hoffe, das tut euch nicht allzu sehr weh. Aber dafür sind wir umso frischer wieder da. Meine werten Damen und Herren, es gibt heute mal wieder eine neue Story. Hier in dieser Lobby haben wir tatsächlich schon das Gesicht der Granny hier vor uns liegen. Und das Ganze scheint tatsächlich wieder eine gruselige Geschichte zu sein. Wie ihr mich kennt, gehe ich natürlich erstmal zum Shop und werde mir erstmal was holen. Und ich werde auch gleich nochmal ansprechen, weshalb ich diese Hose trage. Was? Warum habe ich denn meine Taschenlampe nicht? Vielleicht bekomme ich sie gleich im Spiel. Wir haben auf jeden Fall eine Kamera und ich habe eine andere Hose angezogen. Das hat einen ganz besonderen Grund, meine werten Damen und Herren. Es sieht nämlich so aus, dass wenn ich... Nein, bitte! Einer muss aussteigen! Warte, kann ich hier vielleicht jetzt reinkommen? Guck mal, da steht doch dran, dass noch... Ah, okay, jetzt bin ich drin. Cool! Das Ganze sieht nämlich so aus, dass wir nämlich tatsächlich, wenn wir die alte Hose tragen, die wir normalerweise immer tragen, sind wir zu klein und bleiben im Boden stecken. Ich habe das schon ein bisschen ausprobiert, aber ist nicht schlimm. Meine werten Damen und Herren, das hier ist das Fanart des Tages. Wir bedanken uns extra dafür, dass ihr diese Fanarts einsendet. Und ich werde euch jetzt erstmal alle aufrufen, unter dieser E-Mail-Adresse, wo auch die Fanarts immer hingehen, eure Weihnachtsgeschenke einzusenden, denn dann können wir nämlich eure Weihnachtsgeschenke einsenden. Hey Leute, ich bin wirklich froh, dass ihr es zu meinem... zu dem Haus von Grandma geschafft habt. Es ist mir wirklich eine Ehre, euch kennenzulernen. Diese Oma sieht aber ganz schön böse aus. Äh, wir sind gerade fertig geworden, um meine Geburtstagsparty zu schmeißen. Ich habe gerade noch ein paar Sachen fertig gekocht. Äh, fühlt euch frei, euch einfach mal hier im Haus umzusehen. Okay, cool. Oh, da haben wir sie. Die Taschenlampe. Okay, das mit der Hose ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber ist nicht schlimm. Wir gehen jetzt erstmal ins Haus rein. Die bitten uns sogar hinein. Juhu! Okay. Schauen wir uns mal um. So, Leute, was denkt ihr? Uh, es sieht wirklich unglaublich aus. Jo, heftiges Haus. Es ist sehr bunt. Ich liebe es. Ach, guck mal, da ist die Omi auch schon am Ofen. Danke, schaut euch gerne um und nehmt euch das, was ihr wollt. Okay, also ein paar Türen sind hier geschlossen. Es sind auch ein paar Kisten geschlossen. Man kann hier in den Wäscheraum reingehen. Und, hey Leute, schaut mal, was ich gefunden habe. Oh, was ist das? Das sieht aus wie eine ganz normale Truhe mit einem Schloss dran. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber möglicherweise ist es ein Geschenk. Äh, wenn es ein Geschenk ist, warum ist es dann verschlossen und nicht einfach in Geschenkpapier verpackt? Ähm, wir sollten auf jeden Fall lieber leise sein, bevor sie uns hören. Hä? Wer soll uns denn hören? Ist alles in Ordnung bei euch? Äh, ja, Jerry. Oh, ja, das ist wirklich eine echt coole Party. Hochgehen kann man noch nicht. Okay. Ähm, okay. Also, Oma hat uns jetzt gerade ihre Lieblingsburger gemacht. Wir können gleich zuschlagen. Klingt wirklich lecker. Lass uns dann schnell mal einen essen gehen. Oh, oh. Zu diesem Essenspart. Den mag ich nicht so, muss ich ganz ehrlich sagen. Ah, jetzt sitzen wir schon. Hilfe! Oh nein, oh nein. Wir haben einen Burger. Egal, ich esse ihn einfach, okay? Juhu. Eat a Burger. Wow. Wow. Das ist unglaublich. Oh, Leute. Oh, Mann. Ich, äh, das stimmt. Es ist wirklich sehr lecker. Oh, jetzt habe ich auch schon gegessen. Uh, hoffentlich war er nicht vergiftet. Ah, bitte nicht. Ich hasse es so sehr, wenn die Sachen vergiftet sind. Aber ich denke, es ist alles in Ordnung. Richtig? Oh, danke euch allen. Ich bin wirklich sehr froh, dass ihr das alle sehr genossen habt. Ich fühle mich nicht so gut. Nein! Oh mein Gott. Ist alles in Ordnung? Haha. Oh, meine Liebe. Bist du etwa allergisch gegen etwas? Oh nein. Ich bin allergisch gegen Erdnüsse. Ich, äh, was? Äh, ich denke, ich habe die Erdnüsse durch die Schokoladenkekse bekommen. Oh, hast du irgendwas dagegen mitgenommen? Ja, es ist in meinem Rucksack. Oh, schnell. Lass uns den Rucksack mitnehmen oder finden. Oh nein. Es ist schon wieder eine Allergie. So. Lass uns mal. Da ist doch der Rucksack. Da ist er. Da ist er. Ich habe ihn. Ich habe ihn. Ich habe ihn. Oh, danke, dass du meinen Rucksack gefunden hast. Kein Problem. Das mache ich gerne. Kein Problem. Ja. Oh Gott. Ähm. Okay. Kein Problem. Ich möchte gerne. Ich möchte nicht, dass etwas Schlimmes passiert. Ähm. Irgendwie habe ich immer das Gefühl, dass immer, wenn ich irgendwo mit Freunden hingehe, bekomme ich eine allergische Allergie. Naja. Bevor wir also damit ange... Äh. Okay. Ich hoffe mal, dass keine weitere allergische Reaktion jetzt passieren wird. Okay. Klingt wirklich gut. Ähm. Oma. Kannst du uns... Äh. Wir können dir gerne helfen beim Aufräumen. Ja. Wir können ihnen sehr gerne helfen beim Aufräumen. Oh. Danke euch alle. Ihr seid wirklich alle sehr nett. Diese Oma sieht wirklich richtig böse aus, gell? Dabei ist sie eigentlich ganz in Ordnung so. Okay. Ähm. Räume am besten die gesamte Dekoration auf. Okay. Wir müssen also jetzt die Dekoration hier aufräumen, indem wir sie anklicken. Das heißt also, wir klicken einfach alles an, ne? Damit wir es aufräumen können. Wie zum Beispiel diese Teller hier. Oder vielleicht dieses Geschirr hier. Guck mal. Den Teller kann man noch aufräumen. Dann diesen Toaster aufräumen. Guck mal. Den Kühlschrank müssen wir noch zumachen. Wie können wir den denn zumachen? Äh. Kann man da überhaupt draufklicken? Ich weiß gar nicht. Ah doch. Jetzt habe ich den Kühlschrank tatsächlich sogar zugemacht. Der Toaster ist auch zu. Oh. Das klingt wirklich gut. Ich glaube, wir haben alles fertig gemacht, ne? Wohin wollten wir überhaupt gerade gehen? Ich habe es gerade gar nicht gelesen. Er sagt, okay. Let's go. Ähm. Er möchte wahrscheinlich hochgehen. Oder Fernsehen gucken. Ah. Fernsehen gucken. Ich liebe Fernsehen gucken. Oh my golly gosh goodness. That aquarium looks so amazing and full of wacky events. Ah ja. Okay. Wir gucken tatsächlich gerade Fernsehen einfach in Roblox. Die wollen sich irgendwie ein Aquarium ansehen. Und jetzt ist da irgendjemand runtergefallen. Oh. Oh ja. Es ist eine Werbung für eine Aquarium-Map. Äh. Aquarium-Story. Achso. Lol. Das ist einfach eine Werbung für Aquarium-Story. Oh mein Gott. Wie cool war das denn? Das war einfach ein Werbefilm. Oh ja, Mann. Ich stimme dir wirklich zu. Das war echt cool. Oh man. Es wird schon ganz schön spät. Sollten wir nicht langsam mal ins Bett gehen? Oh ja. Ihr könnt gerne ins Bett gehen. Äh. Wir können gerne ins Bett gehen, wenn ihr wollt. Okay. Dann lasst das einfach mal machen. Okay. Ist jetzt also schon Zeit, ins Bett zu gehen? Oh man. Ähm. Sollten wir nicht am besten lieber darauf warten, dass die Oma von Jerry lieber nach Hause kommt? Ach was. Sie kommt bestimmt gleich nach Hause. Wir sollten also eigentlich ganz in Ordnung sein. Äh. Alles klar. Dann gehen wir jetzt nach oben. Oh oh. Es geht also los. Es geht los mit dem spukeligen Spooky-Kram. Okay. Das sind Bilder von der Oma. Lol. Da ist so eine Gitarre einfach. Können wir die spielen? So. Oh man. Hier ist wirklich richtig viel Kram drin. Alter. Da ist sogar ein Ball, den man treten kann. Wie cool ist das denn? Ähm. Yo. Wenn ihr wollt, können wir hier drinnen einfach ein bisschen abhängen. Ja. Klingt wirklich nach echt viel Spaß. Wann mal. Oh guck mal. Die hat sogar gerade einen Korb geworfen. Ich will auch einen Korb werfen. Wie macht man das denn? Kann man den Ball einfach so nehmen? Oh guck mal. Die hat ihn da tatsächlich in der Hand. Guck. Wirf. Oh. Sie hat woanders hingeworfen. Cool. Guck mal. Können wir auch Xillophon spielen? Oh. Tatsächlich. Man kann wirklich Xillophon spielen. Man kann auch die Lampe aus und an machen. Wuhu. Was ist mit dem hier? Oh. Das kann man auch drehen. Hier kann man die Lampe auch ausmachen. Kann man irgendwas mit den Socken machen? Mit der dreckigen Wäsche? Nö. Was kann man sonst noch machen? Okay Leute. Ich bin schon ganz schön müde geworden. Was ist mit euch? Ah ja. Dieselbe Situation habe ich hier auch. Ähm. Ist eigentlich die Oma schon zurückgekommen? Keine Ahnung. Ähm. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber wahrscheinlich sollten wir sie. Ähm. Also. Daher. Dass wir so viel gespielt haben. Haben wir sie bestimmt gar nicht gehört. Ja. Vielleicht. Ach. Es ist schon in Ordnung. Äh. Sie hat einen Alarm dabei. Der auslöst. Falls irgendwas passieren sollte. Oh man. Das fühlt sich wirklich viel besser an. Okay. Schlaft alle gut. Uh. Das heißt wir können jetzt schon ins Bettchen gehen. Schlafen. Schlafen. Ich will schlafen gehen. Du du du. Äh. Äh. Jetzt haben wir uns tatsächlich schlafen gelegt. Und meistens passiert genau jetzt immer irgendwas. Oh nein. Ein Donner schlägt ein. Ein Donnerblitz. Äh. Habt ihr das gehört? Äh. Gehört was? Äh. Naja. Dass da gerade wieder ein Glas kaputt gegangen ist. Da. Da ist es schon wieder. Äh. Was passiert hier gerade? Ist da alles in Ordnung bei euch? Oh Jerry. Dein Zuhause ist verflucht. Ähm. Da sind bestimmt ein paar. Diese ganzen Geräusche kommen tatsächlich von unten. Äh. Ich bin mir sicher, dass nur Oma zurückgekommen ist. Äh. Sollten wir nicht lieber sicher gehen, dass es wirklich nur Oma ist? Vielleicht braucht sie ja Hilfe. Eine gute Aussage tatsächlich. Okay. Du hast recht. Lass uns einfach mal gucken gehen. Oh oh. Das wird jetzt interessant. Schauen wir mal, ob es Oma denn da unten auch gut geht. Oma. 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 Bist du da? Oh Katzi. Guck mal. Die Katze schläft auch einfach. Ähm. Jo Leute. Ich sehe hier nichts, was irgendwie beängstigt sein könnte. Ähm. Es könnte vielleicht auch sein, dass die Oma vielleicht auch einfach am Schlafwandeln ist. Was meinst du damit genau? Naja. Äh. Schau dir die Stufen an. Äh. Sie kommt gerade runter. Oh. Da ist sie tatsächlich. Äh. Wir sollten uns vielleicht verstecken. Was? Warum läuft die denn da herum? Hä? Die Oma ist gerade am Schlafwandeln einfach zu Hause und wir dürfen sie nicht aufwecken. Geh zurück. Gott. Wir dürfen nicht in sie reinlaufen. Was ist das hier für ein Portal? Hä? Was ist das hier für ein Portal, in dem ich mich befinde? Oh mein Gott. Oma greift gerade das Mädchen da hinten an. Was? Sie schlafwandelt und greift uns einfach an. Hä? Was? Oh nein. Oma. Oma. Die ist beim Fernseher hängen geblieben. Sie guckt jetzt Fernsehen. Ah nein. Da kommt sie wieder. Aha. Warum hat sie denn gerade geschlafwandelt? Nein. Und warum schlafwandelt sie mit offenen Augen? Ah. Hahaha. Oh mein Gott, Alter. Die kann aber richtig zuschlagen, Mann. Ich habe gerade eben ihren Heap gehört. Hilfe. Omi. Bitte tu das nicht. Warum schlafwandelt sie denn? Oh oh. Alter. Das eine Mädchen ist schon fast tot. Ähm. Die Silly. Silly Lily. Silly Lily. 2 0 1 4 4 4. Nein. 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 Silly Lily. Sie wurde einfach getötet. Hilfe. Oh Silly Lily. Sie war doch noch so jung. Was ist gerade passiert? Silly Lily. Silly Lily. Oh nein. Sie ist gestorben. Ich habe sie noch nie so laufen sehen. Das habe ich noch nie davor gesehen. Vielleicht ist sie zurück in ihren Raum gelaufen. Äh. Wahrscheinlich schon, oder? Oh nein. Die Oma ist verrückt geworden. Folge dem Jungen. Oma? Oma, bist du etwa verrückt geworden? Hä? Der ist ja gerade eben da reingelaufen. Wir können da gar nicht rein. Da ist noch ein Bild von... Da war gerade... Was ist, wenn sie das wieder tut? Ja, stimmt. Was sollen wir machen, wenn sie das wieder tut? Vielleicht sollten wir tatsächlich versuchen, irgendwelche Sachen vor ihrer Tür zu platzieren, damit sie nicht mehr rauskommen kann. Ähm. Ich bin mir ganz sicher, dass wir unten irgendwo ein paar Bretter haben, mit der wir ihre Tür zumachen können. Okay. Dann lass uns diese Bretter mal finden. Okay. Dann auf geht's. Laufen wir runter und machen mal diese Tür hier zu. Oh, Junge. Ich glaube, wir gehen jetzt in den Keller. Kann das sein? Hat jemand einen Schlüssel für den Keller? Äh. Okay. Achso. Wir müssen diese Planks hier schnappen. Und dann müssen wir die Planks, die ich jetzt geschnappt habe, muss ich vor ihre Tür platzieren, damit sie bloß nicht mehr rauskommen kann. So. Eine Plank sitzt schon mal. Wir brauchen wahrscheinlich nochmal eine. Guck mal, da hinten liegt nochmal eine. Zack. Da habe ich die auch nochmal. Bring ich die mit nach oben. Okay. Es sind nicht mehr viele Leute da. Ich platziere mal hier nochmal eine. Ich glaube, eine dritte wird noch benötigt. Mal gucken, ob jemand noch eine dritte finden kann. Blau leuchten tun die. Wahrscheinlich ist im Wäscheraum noch eine. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Äh. Ja. Da ist sogar eine. Okay. Die Plank. Easy going. Wir platzieren die davor, damit Oma nicht mehr schlafwandeln kann. So. Damit wir recht sicher sein können. Eine fehlt aber noch. Es fehlen noch Planks, Leute. Wo ist die letzte Plank? Im Kühlschrank ist keine Plank. Wo könnte noch eine Plank sich befinden? Na. Die Katze schläft. Der. Oh. Okay. Ähm. Also Leute. Ich weiß nicht, wie es mit dir und mit euch allen aussieht. Aber ich bin total erschrocken. Ähm. Leute. Ich wollte euch wirklich alle nicht irgendwie verletzen oder irgendwie erschrecken. Es ist okay. Vielleicht können wir hier einen Weg finden, wie wir hier rauskommen können. Wie? Äh. Indem wir vielleicht die Haustür nehmen und einfach rausgehen? Ha. Guck mal. Hm. Vielleicht sollten wir einfach mal die Haustür nehmen und rausgehen. Ah. Stimmt. Über das habe ich gar nicht nachgedacht. Ähm. Wir können das nicht so ganz richtig machen. Warum nicht? Ja. Warum können wir nicht einfach aus der Haustür rausgehen? Äh. Meine Oma aktiviert immer den Alarm jede Nacht. Äh. Kennst du nicht den Alarm, um den irgendwie auszustellen? Nein. Sie sagt niemandem den Code. Nein. Jetzt sind wir mit einer verrückten Oma eingesperrt. Was sollen wir denn jetzt tun? Ähm. Was ist mit der schwarzen Box? Welche schwarze Box? Was ist mit der? Ach so. Die unten mit dem Schlüssel. Gell? Äh. Was ist, wenn wir den Schlüssel finden können und einfach mal reinschauen können, was in der Box drin ist? Vielleicht ist dort ein anderer Box oder sowas, damit wir den Keller öffnen können. Ah. Stimmt. Aber wir hätten hier die ganze Zeit Xbox spielen können. Cool. Ähm. Vielleicht ist da ja irgendwie ein anderer Ausgang, der den Alarm nicht aktiviert. Das könnte theoretischerweise funktionieren. Okay. Dann lass uns einfach mal den Key herausfinden. Aber wo könnte der sein? Wo könnte der Schlüssel für die Box sein? Äh. Was war das denn? Oh nein. Was war das? Oh. Das Mädchen sagt, ich bin aufgeregt. Äh. Ich denke, meine Oma ist wieder aufgewacht. Nein. Was sollen wir jetzt tun? Äh. Wir müssen trotzdem den Schlüssel irgendwie finden. Aber wo ist der? Oh oh. Oh oh. Was sollen wir tun? Meine Oma wird bald wieder so sauer sein auf mich. Okay. Okay. Aber was sollen wir wirklich tun? Die Oma hat gerade eben wieder geschrien. Was macht man in so einer Situation? Ähm. Wir sind hier eigentlich relativ sicher, oder? Ja. Eigentlich schon. Aber wir müssen ja auch irgendwie rauskommen. Ähm. Ich werde jetzt einfach ihre Tür öffnen. Ich werde es tun. Was? Warum will er denn jetzt unbedingt ihre Tür öffnen? Warte mal, Jerry. Du darfst... Nein, Jerry. Jerry. Nein. Ähm. Mach... Mach... Mach dir keine Sorgen. Äh. Versteckt euch einfach, falls irgendwas passieren soll. Sei vorsichtig, Jerry. Äh. Jerry? Nein. Mach nicht die Tür von der Oma auf. Oh nein. Die Oma. Ah. Oh mein Gott. Die Oma. Aha. Jerry. Warte mal. Hoffentlich läuft da keiner rein. Äh. Sollten wir vielleicht die Tür nochmal öffnen? Nein. Warum habe ich mir selber geantwortet? Nicht nochmal die Tür öffnen. Aber wir müssen unbedingt nachsehen, ob es Jerry gut geht. Äh. Okay. Lass uns einfach da reingehen. Was? Äh. Okay. Okay. Ich versuche mein Bestes. Äh. Okay. Ich bin drin. Leute? Der Raum hier ist leer. Wie ist das überhaupt möglich? Äh. Ich weiß. Das ist ein Schlüssel. Wir haben gerade doch gerade eben. Oma gesehen, wie sie diesen, wie sie den Jungen reingezogen hat. Hier ist noch eine Dusche. Oh Mann. Ich habe mich hierfür nicht angemeldet. Ich möchte hier unbedingt rauskommen. Komm. Lass den Schlüssel nehmen. Schlüssel. Nimm den Schlüssel. Hey Leute. Ich habe den Schlüssel gefunden. Sehr gut. Arisalino. Sehr, sehr gut. Okay. Vielleicht ist es ja der Schlüssel für die schwarze Box. Ja. Dann lass mal den Schlüssel mitnehmen für die schwarze Box. Und dann lass mal gucken, ob wir die damit aufmachen können. Muss man die mitnehmen oder wie sieht es aus? Ähm. Okay. Äh. Wir müssen uns unbedingt sehr schnell beeilen, weil ich nicht weiß, wie schnell das hier alles geht. Okay. Da hat jemand den Schlüssel mitgenommen. Auf geht's. Runter zur Box. Runter zur Box. Okay. 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 Mach die Box jetzt auf. Mach die Box jetzt auf. Okay. Sie bringt den Schlüssel. Hier ist die Box. Mach auf. Was ist drin? Ein weiterer Schlüssel. Aha. Das ist wahrscheinlich der Schlüssel für den Keller. Okay. Oh mein Gott. Es sieht so aus, als ob es der Schlüssel für die Kellertür ist. Woo. Okay. Dann hab ich den jetzt. Und dann können wir jetzt gleich zack hier drauf drücken. Und der Keller ist offen. Oh man. Das sieht ganz schön gruselig aus. Und die Musik hat sich auch geändert. Oh man. Los. Lass uns jetzt einfach von hier verschwinden. Mist. Die Ausgangstür normal können wir gar nicht nehmen. Da war der Alarm immer aktiviert. Aufpassen. Hier sind Spinnenweben. Jerry. Was? Schnell. Hilft mir ihn abzuschneiden. Okay. Er ist wieder frei. Jerry. Geht es dir gut? Jerry. Er redet gar nicht. Jerry. Oh ja. Mir geht es gut. Alles ist so schnell passiert, dass ich gar nicht verstanden habe, was passiert ist. Ähm. Okay. Wir sind einfach nur happy, dass es dir gut geht. Ähm. Warst du hier unten schon mal? Nein. Meine Oma lässt den Keller immer geschlossen. Wie habt ihr überhaupt die Tür geöffnet? Wir haben den Schlüssel in der schwarzen Box bekommen. Und in dieser Box war sozusagen der Schlüssel für den Keller. Was? Ist Oma immer noch hier irgendwo in der Nähe? Wir haben keine Ahnung. Wir haben sie, seitdem sie dich gestohlen hat, nicht mehr wiedergesehen. Äh. Wir müssen jetzt irgendwie versuchen, nur hier rauszukommen, bevor die Oma uns fängt. Ähm. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das wirklich eine gute Idee ist, Mann. Warum nicht? Äh. Boah. Stimmt. Warum eigentlich nicht? Ähm. Naja. Äh. Ihr habt gerade gesehen, was sie die ganze Zeit gemacht hat. Warum sollten wir dann nicht einfach hier bleiben? Naja. Wir wollten... Was? Not to mention... Äh. Das geht alles so schnell gerade. Äh. Wir haben sie gerade schon tatsächlich sehr böse gemacht. Wir sollten sie nicht noch, äh, 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 böser machen. Es war mein Fehler. Was? Eine hat gesagt, Key Green. Die hat gesagt, wir müssen auf jeden Fall gleich den Grünschlüssel nehmen. Achso, da. Für die Tür. Ähm. Ich möchte einfach nicht, dass nochmal irgendwas passiert. Äh. Ich denke einfach nicht, dass, äh, den Keller zu verlassen eine gute Idee ist. Achso, dass wir nochmal hochgehen sollten, ist eine schlechte Idee. Ja, aber wir brauchen ja irgendwie die Möglichkeit. Wollen wir gehen oder bleiben? Äh. Warte mal. Ich frag mal die anderen. Stay or go? Ich frag mal die anderen. Was machen die denn? Stay or go? Wir haben noch 15, 15 Sekunden. Stay or go? Stay or go? Stay or go? Stay. Okay. Ich mach auch stay. Die Lana. Lana hat gesagt, stay. Okay, fine. Let's stay. Okay, wir bleiben jetzt sozusagen im Keller. Aber wir sind, aber vielleicht wartet die Oma ja wirklich oben. Leute, ich verspreche euch, es wird wirklich nichts Böses passieren. Ich bin mir ganz sicher, sie schläft gerade und wir können einfach nach oben gehen und schlafen gehen. Okay. Ich hab wirklich ein schlechtes Gefühl. Oh, oh. Also wir, don't worry. Sie sagt keine Angst. Lana Gamer sagt keine Angst zu uns. Oh mein Gott. Das ist voll süß, dass die da mit uns so interagiert. Okay, Leute. Das heißt, wir bleiben also. What? Was sind das hier für Augen? Oh mein Gott, warum sind hier so viele Augen auf einmal im Wohnzimmer? Danke, Jerry. Ich hab gewusst, ich kann auf dich zählen. Die sind in meine Falle reingekommen und nun wird es Zeit für mein Ritual. Ritual? Oh nein, wir hätten doch gehen müssen. Lana Gamer hat uns wahrscheinlich auch in die Falle getrieben. Was passiert hier gerade? Jerry, was hast du uns nur angetan? Oh nein, Jerry. Jerry kann euch gar nicht hören. Ich hab ihn unter meinen bösen Zauber gesteckt. Ich kontrolliere alles, was er sagt. Das ist, warum es so einfach ist, euch einfach hier hoch wieder zu bringen. Ihr könnt nicht einfach so entkommen. Oh Mann, ich wusste, das ist eine schlechte Idee. Mist. Was wollen wir jetzt tun? Ich glaub, wir müssen gegen die Omi kämpfen. Kann das sein? Wollen wir vielleicht auf einen anderen Weg von hier raus entkommen? Ich dachte, die macht jetzt ihr Ritual. Ähm. Viel Spaß beim Versuchen. Ich habe inzwischen alles blockiert. Der einzige Weg, dazu entkommen, ist tatsächlich durch die Haupttür. Aber dafür braucht man einen geheimen Code, den nur ich kenne. Ha, ha, ha. Ich kann gut die Oma nachsprechen. Was ist, wenn wir dich einfach mal, äh, was ist, wenn wir dich herausfordern? Wenn du verlierst, dann gibst du uns den Code. Hm, ich denke, das könnte ich tun. Aber sie wird es wahrscheinlich nicht tun, oder? Ah, okay. Komm, dann lass uns einfach mal ein kleines, lustiges Spiel machen, was wir spielen können. Äh, um den Code, sozusagen. Ähm. Jerry, erklär Ihnen doch einfach mal, wie das Spiel funktioniert. Äh. Okay, wir spielen jetzt ein Spiel um den Code, damit wir aus der Haustür rauskommen können. Ähm. Nun gut. Äh. Also, wie ihr zum Beispiel jetzt schon sagen könnt, hat tatsächlich die Oma viel Spaß bei, ähm, diesem ganzen Spiel mit den, mit den Schlüsseln. Ähm. Wenn ihr alle fünf Schlüssel finden könnt und sie alle hier drin platzieren könnt, dann gewinnt ihr. Ein Papier mit dem Code will dann erscheinen, wenn ihr alle Schlüssel gefunden habt. Äh. Äh. Wenn ihr das Papier habt, könnt ihr tatsächlich den Alarm deaktivieren und einfach rausgehen. Okay. Pick the keys. Okay. Das heißt also, wir brauchen jetzt die ganzen Schlüssel. Das heißt, wir brauchen insgesamt fünf Stück. Viel Glück. Oh Gott. Also, wir haben hier nochmal einen lila Schlüssel. Komm. Dann beginnt jetzt das Spiel. Oh. Da war einer. Okay. Dann haben wir hier einen. Dann liegt da einer. Okay. Dann liegt da nochmal einer. Der eine da wurde von den Mädels schon aufgehoben. Hinter dem Sofa liegt noch einer. Und wir haben alle. Ha. Oh mein Gott. War das einfach. Okay. Das war's. Jetzt haben wir alle fünf Schlüssel gefunden, ne? Easy going. Und jetzt finde das versteckte Papier. So. Wo kann denn das versteckte Papier sein? Vielleicht unterm Tisch? Nein. Irgendwie in diesem Wäscheraum hier. Ja. Okay. Ich hab das Papier gefunden, Leute. Okay. Ähm. Wir können endlich hier rauskommen. Okay. Das heißt, hier ist dieser Alarmcode. Ähm. Alles klar. Ich, äh, meine, ihr habt die Aufgabe bestandet. Ah. So dürft ihr auch gehen. Okay. Äh. Viel, viel, viel Glück euch da draußen. Äh. Okay, Jerry. Äh. Leute, ich bin mir nicht ganz sicher über diese Situation. Los. Gib einfach den Code ein und dann lass uns einfach von hier verschwinden. Ah. Das klingt irgendwie ein bisschen zu einfach, muss ich sagen. Ist das jetzt schon das Ende? Oder nicht? Jetzt sind wir im Wald. Hä? Wo sind wir? Das ist aber nicht der normale Eingang gewesen. Ich hab keine Ahnung. Wir wurden sowas wie teleportiert. Kann es sein? Oh nein. Die Tür ist zugegangen. Wir sind wie in so einem komischen Hinterhof, wo wir gar nicht waren. Was wollen wir jetzt tun? Alter. Überhaupt gar keine Ahnung. Ha. Das ist genau das, was ich auch so gesagt hätte. Ähm. Okay. Oh Gott. Schnell auf den Baum. Was war das? Irgendwas hat da richtig laut geschrien. Habt ihr es gehört? Ich bin mir nicht ganz sicher, in was wir uns da selber gerade getrieben haben. Yay. Gewonnen. Sagt Lana. Ach so. Wir haben das Bad Ending bekommen. Das war das schlechte Ende sozusagen. Ich glaub das gute Ende wäre gewesen, wären wir geflohen. Meine werten Damen und Herren, das war die Story. Falls ihr gerne diese Story selber mal spielen wollt und vielleicht mal das gute Ende sehen wollt, dann entscheidet euch wahrscheinlich dafür zu gehen, falls euch Jerry darum bittet zu bleiben. Ich bin nämlich geblieben, habe dadurch das schlechte Ende bekommen. Ihr könnt gerne die anderen Enden finden. Ihr könnt das Spiel gerne unten selber spielen. Gebt ein Abonnement auf diesen Channel gerne, damit ihr keine Videos verpasst. Und gebt einen Daumen nach oben, Leute. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein, Leute. Ciao.